Sehr geehrter Herr Präsident, vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal, lieber Kollege Wiedel, die Zuschauerinnen und Zuschauer haben meines Wissens während dieser Debatte zu dem Tagesordnungspunkt nicht gewechselt und deswegen möchte ich eröffnen damit, es ist eigentlich alles gesagt, nur noch nicht von jedem und deswegen möchte ich mich darauf beschränken, auf das, was meine Kolleginnen und Kollegen im Vorfeld ausgeführt haben, zur Situation dieses Antrags, zur Situation des vorliegenden Referenten oder Gesetzentwurfes im Bund und auch darauf beschränken, dass auch ich von der Piratenfraktion mich selbstverständlich darüber freue, diesen Antrag, aber dann vielleicht auch das vorliegende Eckpunktpapier und dann auch den Gesetzentwurf begleitend im Rechtsausschuss des Landes Nordrhein-Westfalen einmal genauer unter die Lupe zu nehmen und selbstverständlich parallel dazu auch den Antrag und vielleicht findet sich ja in diesem doch überwiegend oder meistens auf Sach- und Fachebene konsensual arbeitenden Ausschuss im Landtag Nordrhein-Westfalen eine Ebene diesem Antrag in gebührender Form näher zu treten. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.